Achtung, diese Woche ist Sonntag, ist schon Muttertag, aber ich habe natürlich auch noch eine richtig coole Last-Minute-Karte für euch. Dafür müsst ihr einfach nur den Google-Schriftzug zeichnen oder auch ausdrucken, geht natürlich auch. Dann machen wir da ein Suchfeld und schreiben natürlich rein, wer ist eigentlich die beste Mama der Welt. Als Lösung könnt ihr dann in reinen Foto von eurer Mama oder von euch zusammen reinkleben. Das ist natürlich das Ergebnis auf diese Frage. Noch ein bisschen verzieren, fertig!